Ich koche Crack Rocks im Kinderzimmer Ich koche Crack Rocks im Kinderzimmer Sup, Nowadays, Max Rose Hier im Studio Und ich dachte mir, ich muss auf jeden Fall mal für YouTube ein Video hochladen Und zwar ein Informationsvideo Crip Report, ein Gebäudereport Wie man es so schön in der Hood sagt Und ich muss auf jeden Fall so einiges loswerden Während ich mich hier mit dem Ducht der Reichen einparfümiere One Million Ähnlich so wie mein Tagesverdienst One Million Wir machen das Geld durch Crack verkaufen Koks verkaufen Gras verkaufen 1P LSD verkaufen Und noch ganz viele andere Drogen Wir verkaufen diese Drogen Wir earnen das Money Wir getten das Money dadurch Und das ist unser Lifestyle Und jeder der uns dazwischen kommt Ihr wisst was mit Snitches passiert Snitches get Stitches Snitches werden erschossen, vergraben Das Gesicht aufgeschlitzt Die gesamte Familie Von denen wird das Leben beendet You already know what it is Ich würde auf jeden Fall nur mal sagen Checkt mein Twitter aus Wie ihr wisst Jeder vernünftige, gute Rapper Hat einen gepflegten Twitter-Account Also followt mich auf Twitter AddMaxRowles Addet mich auf Snitchat Add... Ne... MaxRowles Instagram MaxRowles Alles mit Unterstrich Ist überall dasselbe Facebook MaxRowles Checkt meine diversen Social Media Pages ab Oder ich werde euch abstechen Ihr Hurensöhne Ihr Scheißhater Ich werde euch abstechen Nobody know what it is MaxRowles